Der Rush ist in der Wilson Schuh-Generation der kleine Bruder des Rush Pro. Dieser leichte Schuh wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit und Stabilität des ambitionierten Klubspielers zu verbessern. Er zeichnet sich durch die folgenden Technologien aus. Der 2D Forefoot Support sorgt für allgemeine Stabilität und Reaktionsschnelligkeit. Der Dynamic Fit 2 stellt den dynamischen Übergang zwischen Vorderfuß und Ferse von 9mm dar für Stabilität, Reaktionsschnelligkeit und dynamische Dämpfung. Das Endofit System ist ein neuer Konstruktionsansatz für Tennisschuhe. Das sockenähnliche Innenfutter sorgt für Komfort und optimale Passformen. Die R-DST Einsätze bieten beste Dämpfung im Fersenbereich und maximale Federung im Vorderfuß für schnellere Reaktionen. Die Duralast Außensohle ist eine verbesserte, extrem robuste Gummisohle, die besonders resistent gegen Abnutzung ist und da völlig neuem Design, maximalen Grip und eine sehr präzise Beinarbeit erlaubt. Der Rushman ist in zwei unterschiedlichen Farbenvarianten, die an die Wilson Bekleidungskollektion 2013 angelehnt sind, erhältlich. Der Rush ist als Aschenschuh mit dem klassischen überragenden Fischklepprofil für den besten Grip und optimale Traktion erhältlich. Du suchst einen neuen Tennisschuh? Dann hol dir den Rush! Passt auf, und zwar mit Abnutzungskollektion, die Witzungskollektion